Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen kurzen Folge der Dresden Karriere. Heute werden wir gegen den SV Meppen simulieren gegen Türkecü, simulieren gegen Duisburg spielen und gegen Uerdingen sowie Mannheim auch spielen und eventuell Zwickau. In der nächsten Folge dann unter Haching und Lübeck. Da gehen wir direkt in das erste Spiel gegen Meppen. Wir werden natürlich mit dieser Mannschaft spielen. Am Ende gewinnen wir auch 2 zu 1 durch die Tore von Biki, Ruklu und Davana in der Tabelle. Schaut es folgendermaßen aus. Meppen rutscht auf die 18er ab. Wir sind weiterhin auf Platz 1. Türkecü München ist auf Platz 16. Das ist unser nächster Gegner. Und wir werden mit dieser Aufstellung in das Spiel gehen. Maia ist wieder fit sowie Marzen auf der rechten Seite. Und ebenfalls darf wieder in Bazzuno spielen. Und am Ende werden wir auch diese Partie leider Gottes verlieren. Nachdem man das Hinspiel 6 zu 0 gewann, verliert man hier jetzt dieses Spiel. Die nächste Partie ist gegen Duisburg und Bazzuno sagt, letztlich werden sie sich einen Ersatztorber suchen. Aber geben sie mir die Chance für ihn zu spielen. Das ist deine Chance. Natürlich. Und dann hier gab es einen Sieg gegen Duisburg. Diese Partie habe ich dann selbst in die Hand genommen. Nachdem man 1 zu 0 gegen Türkecü München verloren hat, werde ich gegen Duisburg selbst spielen. Am Ende habe ich auch gewonnen. Das werden wir auch gleich sehen. Am Ende wird es ein knapper 3 zu 2 Erfolg durch die Tore von Diabuzi und Jones. Ganz stark natürlich die Vorstellung heute wieder von uns. 22. Minute. Duisburg ging allerdings in Führung. Schöner Schuss. Und dann ist es die Führung. Bazzuno schaut da ganz schlecht aus. Aber natürlich, jeder Spieler macht mal Fehler. Das ist... ...ne ganz normal. In der 24. Minute. Dann das 1 zu 1 durch. Jones. Schöner Schuss. Keine Chance für den Keeper. Und dann in der 35. Minute. Wieder Ahmed. Mit einem Schuss. Der geht allerdings am Tor vorbei. Gute Möglichkeit. Hier. Für unseren Jugendspieler. In der 38. Minute. Dann Fehler. In der Defensive der Duisburger. Wir nutzen es eiskalt aus. Beziehungsweise es war abseits. Das habe ich jetzt zu spät erkannt. Das war abseits. Deshalb bleibt es hier beim 1 zu 1. In der 43. Minute. Dann aber. Kommt Diabuzi. Und natürlich vor dem leeren Tor. Ist es kein Problem. Er macht das. 2 zu 1. Und Dresden ist wieder in Führung. Hier. In der 53. Minute. Erhöhen wir dann auf. 3 zu 1. Wie das ist. Ricky J. Jones. Der eine richtig starke Saison spielt. Er ist dann natürlich am Aufstieg beteiligt. Denn es schaut so aus. Als würden wir jetzt schon. Safe in den Top 3 kommen. Jetzt. Achmed. Dann auch mit einem Schuss. Aber der geht. Am Tor vorbei. Deshalb bleibt es beim. 3 zu 1. Zier. Macht nichts. In der 90. Dann auch nochmal ein Versuch. Der Duisburger. Aber. Er geht. Auch ins Tor. 3 zu 2. Dann führen wir gegen Dresden. Gegen Uerdingen mit 1 zu 0. Durch. Bicke Ruglo. In der 34. Minute. Tross Bicke Ruglo. Das 1 zu 0. Am Ende gewinnen wir auch. Gegen Uerdingen. Patrick Weihrauch hatte einen Entwicklungsplan. Abgeschlossen. Der ist jetzt auf einer. 68. Die nächste Partie. Gegen Waldhof Mannheim. Habe ich. Unentschieden bestritten. Martinovic. Glich. Beziehungsweise. Machte schon in der ersten Minute. Das 1 zu 0. Dann. Gegen den FSV Zwickau. Werde ich natürlich. Auch noch. Mit. In diese Folge nehmen. Am Ende wird es ein 1 zu 0 Sieg. Ganz. entspannt. Hier geht es dann in den. April rein. Gegen Hallescher FC. Gegen Magdeburg. Davor aber. Gegen. Unterhaching. Und Lübeck. Das letzte Spiel. Ist dann auch noch. Gegen Ingolstadt. Das ist natürlich. Richtig. Intensiv. Aber wir müssen uns jetzt erstmal auf die Partie gegen den Tabell. Den zweiten konzentrieren. Gegen Unterhaching. Wir haben sieben Punkte Vorsprung. Könnten den natürlich ausbauen. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat. Würde ich mir über einen Daumen nach oben freuen. Vergisst den Kanal. Nichts abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Gegen Unterhaching unter anderem. Bis dahin. Macht es gut. Und. Schaut die anderen Karrieren mit Inter und Liverpool an.